servus und willkommen zu einer neuen folge von modern skyblock 3 ja wie ihr seht ich habe es endlich geschafft ich habe jetzt noch vier sapplinge hingekriegt den immer wieder abgebaut ist es also nicht das größte aber zu müssen wir mal hoffen dass auch hier ein großer wächst das dass wir an die wenn es rankommt dass wir endlich unseren maus und sein maus bekommen und jawohl wir haben unseren großen baum sehr schön das heißt wir brauchen jetzt die schere wie es hier ich darf ich muss nur dran denken ich darf nicht die gesamten weins verwenden weil sonst habe ich ein problem weil sonst habe ich keine mehr weil ich glaube die züchtig schneller in dem wird sie einfach an einem gestell anbringen als an dem baum aber mal gucken jetzt bin ich mal gespannt ich habe jetzt extra auch noch meine axt auf flint abgedatet ob mir auch genügend sapplinge rauskriegen ja wir haben sogar einen mehr bekommen es ist klasse sogar zwei mehr das heißt ich kann dann hier auch noch meine dschungelbäume wachsen lassen sehr gut wie ihr seht auch hier hat sich ein bisschen was geändert es sind mittlerweile schon sechs wir haben die blauen abgeschlossen das heißt es fehlen noch lila schließt auf aber wie gesagt die hätte ich eigentlich auch schon längst durch und 100 auch diese reins brauche ich jetzt apropos reins ich habe noch dahinten meine kabels noch durchgeballert kommen da rein kommt da rein ist aber schon 49 kann man kann man zufrieden sein damit hätte ich gesagt aber hoffentlich gehen wir dann auch genügend emeralds raus und jetzt heißt zu mich kabels zu uns nehmen ich brauche ich mache mal gleich so viel ein ich mal lass mal drei weg ich mache mal 24 stück body part template okay so und diese drei pack ich jetzt erstmal meine oberen kiste hier rein kakaobohnen kommen wieder nach hinten dahin bitte 29 haben wir schon und das holz kommt da rein also holz geht mir glaube ich so schnell nicht aus vor allem wenn jetzt der dann immer wieder wächst das war mir jetzt wieder leider eine runde in die büchse so wir haben 24 maus stone das heißt ich habe jetzt meine ersten zwei ball of moss so quest ist schon mal abgedatet die erste ich brauche ich brauche für die ach da brauche ich doch gar nicht brauche doch gerade doch ich muss doch auch ball of moss abgeben man muss nur silky jewel abgeben und reinforcement und ich mache mir dann lans für das ding ist aber auch kein problem auch keine sache so ich habe doch die ganze zeit schon sugarcane hergestellt jetzt ist die frage reicht es für das papier drei blätter habe ich drei blätter paper das buch brauche ich drei und leder alles reicht nicht auch da muss ich mal gucken wie es mit agri kraft weitergeht sind schon mal zwei das heißt ich habe schon mal die nächsten blätter 1 1 1 2 einfach nur wow und die muss ich halt jetzt auch mal schnell weg machen sehr nützlich und ich kann mal was das mein apfel 50 verschiedene essen sollen das machen hätte oder heißt es einfach nur 50 essen aber verschiedene essen habe ich noch nicht das weiß ich definitiv so dann heißt es jetzt die letztlichen sugarcane das heißt es hat das papier ich habe das leder es ist nur die frage ich lasse das leder noch drin weil ich möchte noch nicht anlagen das heißt ich brauche jetzt aus der abteilung passt rings und aus der hinteren abteilung ein paar sachen von tinker ich habe nur vier ist das immer noch das ist doch das rezept gewesen ne hätte ich gesagt dann machen wir mal wieder und ich habe drei bücher sehr gut ich bin auch noch ich grübel immer noch aber momentan schaut so aus dass ich diese ebenen da unten ein bisschen anders formen möchte dadurch dass ich ja drei stärke habe heißt es ja eigentlich ich habe eine möglichkeit bis zu vier rein also das heißt ich kann den boden versenken und ich kann es drei stück auf heißt für mich ich werde wie es aussieht diese eben unter mir ein bisschen verändern müssen da habe ich genügend holz einstecken nein jetzt muss ich genügend haben und ich habe ein ich hoffe dass das passt dieses bookshelf kann ich hier hinstellen und jetzt muss ich einfach den ball of moss hingehen und draufklicken und zack ich habe einen wending moss wir haben die quest abgeschlossen wir haben das nächste erledigt diesen mending moss kann ich jetzt dann sozusagen meine sachen zum reparieren geben hotwood das heißt wir brauchen da auf jeden fall auch noch lava und holz mein problem ist glaube ich an die lava zu kommen das schlimme ist ja eigentlich dass ich das momentan noch so machen muss so das war's das heißt ich muss jetzt meine meine damen picke nehmen halt wir fangen wieder von hinten an äh ja ich bin gerade beim überlegen ob ich äh versuchen soll das über über blazes zu machen oder äh ob ich äh machen soll über ja gunpowder und ich bin wirklich gerade beim überlegen dass ich das über das gunpowder mache und schaut mal ist es mir wieder ein baum gewachsen weil wie gesagt ähm so spare ich mir momentan halt das obsidian für die für das neta tor weil das wäre nochmal 10 ich habe 15 habe ich ähm ich brauche für reinforcement äh brauche ich 8 und ich brauche natürlich auch noch den scheiß da das heißt äh ja muss mal gucken habe ich eigentlich noch genügend gold äh für die quests brauche ich ich glaube 8 waren das ne 8 davon 32 davon silky jule brauche ich 6 oh ja so das schöne ist er holt auf er holt auf 48 vielleicht schaffen wir es heute noch so weit leid ich da hinkommen hau ich die ab sollte aber dann auf jeden fall meine axt vorher reparieren bevor ich den baum umhau weil sonst kann ich zur krone rauf kraxeln ja aber wie gesagt wenn die bäume halt sauber wachsen äh dann bin ich mir auf jeden fall sicher dass diese bäume mir in zukunft dann das holz bringen das ich dann brauche zum verarbeiten für kohle und sonstigen schrott ha 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 das war witzig nicht nicht und so hast du auch gehört die achse ist doch nicht kaputt gegangen verstehst aber ab und zu verstehe ich verstehe ich den wein meiner nicht ich hoffe nur dass ich immer noch genügend zepplinge bekommen das ist eigentlich das wichtigste ja meine vier stück habe ich bekommen alles gut so ich packe ich da hin die äpfel werde ich brauchen das dschungelholz packe ich auch mal hier rein kann es sein dass ich dich außersehen komplett abgerissen habe wie es aussieht schon nicht gut das war jetzt das war jetzt vielleicht ein glückliches händchen dass ich jetzt mal wirklich richtig viele bekommen habe wahnsinn wir sind jetzt schon bei dem auch schon bei der zweiten reihe 54 10 stück brauchen wir noch 10 stück ich habe noch ein sapling gefunden hallo immer hier rein da rein in die kette so ok also das soll ja werden der abstieg jetzt dann zum das ist eigentlich die mitte warum ok ich kann jetzt dann hier die wand hin machen habe ich auch gesagt ich haue jetzt erstmal alles weg das muss ich so lassen das auch runter aua so also wir haben jetzt gesagt ich brauche davon 3 1 2 3 und dann haben wir hier im boden das heißt das ist der boden das ist nur die frage wie tief geht der der ist 2 wisst ihr was dann mache ich das ganz einfach dann mache ich das jetzt 4 das heißt sie brauchen nur noch eine schicht hier unten drunter oder drüber das heißt ich habe ich gar nicht mehr dann ist es eine blöde idee mit fackeln abhauen dann heißt es wieder nach oben diamanten habe ich ja noch sechs dürfte ich jetzt auch omaß haben so diamond und muss nur aufpassen weil ich glaube nicht dass ich genügend steine habe wenn ich jetzt zu weit laufen muss habe ich da unten spaß ok muss ich gott sei dank nicht wieder runter ok so dann heißt es jetzt fackeln nehmen zack zack alles paletti ja das heißt wir haben jetzt dann hier diese ebene diese vierte ebene das heißt ich habe jetzt dann richtig richtig platz um meine ganzen rohrsysteme und sonstigen äh schotter da rein zu basteln so aber das gefällt mir nicht weil das ist jetzt 1 2 3 4 5 äh das ist Nummer 6 und das ist Nummer 7 ja ich mache das jetzt anders wiedersehen auch wiedersehen so jetzt hoffe ich dass ich nicht runterfalle mache es hier auch auf 3 3 das ist das spiel auch hier 3 bisschen aufpassen weil ich habe jetzt gerade gesehen dass da zum beispiel auch ich jetzt alle 3 erwischt ja so und dann heißt es jetzt ich habe jetzt dann hier auf jeden fall mal eine fackel und dann kann ich jetzt hier nämlich schön anfangen auch hier diese ebene auszubauen und diese ebene ist dann erstmal die ebene die wichtig ist weil hier kommen dann ganze unsere maschinen hin und natürlich auch ja unsere ganzen uns das treppenhaus kommt dann auch sauber hierhin na kommt hier saufen nach oben die nach oben und wir sind ganz oben sehr schön des weiteren heute jetzt eigentlich noch gold